Ja, unser Stall steht. Jetzt halt ich mal in die Sekunde rein. Ja, Chicken Nugget, gehen wir aus dem Weg hier. Hallo? Hallo? Da kommen wieder Eier rein. Dann holen wir uns jetzt Kühe, ne? Als nächstes brauchen wir dann ein Upgrade zum... ähm... zum Hühnerstall, damit wir Enten holen können. Gut, ich muss... genau noch zu dem Zwerg. Wenn ich entscheide, wo ich hin muss. Ähm, ich muss noch zu dem Zwerg. Da sind wieder Würmchen. Gemischte Saat. Dafür müssen wir in die Minen. Minen. Ach, ich hab beim Hellsee ja nicht wieder geguckt. Hab ich den jetzt... Ist schon eine Woche vergangen, ne? Ja, ich hab den Zwerg schon. Aber der müsste doch mittlerweile auf den Sack gehen, oder? Ich hab den Zwerg schon gesagt. Jetzt gibt's die Bushaltestelle. Vielleicht... haben wir ja heute Glück. Ich hab vergessen, Fernseher zu gucken. Ja, und mein Hund hat immer noch nichts zu trinken. Da seht ihr, ich vergesse das immer. Wahrsager. Äh, ja. Ich kann die Geisterflüster hören. Die Geisterflüster hören. Das sind so Leute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Okay, ähm... Schön, dass wir das geklärt haben. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Okay, ähm... Was wollten wir dann tun? Dann müssen wir zu Sebastian. Wobei denn... Wir haben auch schon zwei Geschenke gegeben, aber wir müssen noch mit ihm quatschen. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass er uns irgendwann nicht mehr lieb hat. Okay. Welches Hofgebäude können wir eigentlich noch... Was kostet eigentlich... Was verbessern? 50.000 Gold. Ja, da bin ich noch weit von weg. Pferdestall. Pferd inklusive dort. 10.000. Okay. 10.000 Gold, da bin ich auch noch weit von weg. Okay, dann spreche ich erstmal nur mit deinem Sohn. Der liegt auf dem Bett. Ich renne erstmal gegen die Tür. Ich sollte lernen, wie man kocht. Das wäre nützlich. Ich mag, wenn er die kochen könnte. Tatsächlich. Weil da muss ich nicht kochen. Ich koche sehr gerne, aber... da muss ich nicht kochen. Da könnten wir wieder bisschen angeln. Da sind irgendwie nicht viel Grüne, weil wir nicht die Fische fangen, die wir brauchen. was bist du denn das bisschen grün aber nicht so schlimm es war schön wenn wir einen fisch fangen würde ich auch tatsächlich brauchen müssen kann die forellenbarsch sagt vielleicht auch mal am meer unten grünalge von am meer unten das hat es lange gedauert war denn jetzt meine reaktionsgeschwindigkeit vielleicht sollte ich runter gehen das war zu viel reaktionsgeschwindigkeit ja ich gehe mal runter zum ozean aber nicht bevor wir nicht mit linus gesprochen haben ist ja man auch ein wichtiger bestandteil unserer gemeinde keine ahnung warum ich jetzt so auf den eingeschossen habe dass wir uns mit dem gut verstehen nein wir müssen ja runter zum kühe kaufen ich will wissen wie viel die kuh kostet wahrscheinlich jetzt 4000 eine winterwurzel dann gehen wir schnell zum ding zum hier und verkaufen was das das auch noch dann sind wir über die 4000 kosten sie mit sie hat 5000 rein aus prinzip wir müssen runter brot schmeißen denn alle brot weg was haben sie denn gegen brot brot ist lecker ich glaube ich mache mir jetzt dann brot nein warum hat die nicht offen ist denn nirgendwo ein ding wenn sie offen hat nein ach kacke na wir gehen mal zum zauberer hinter und finde ich jetzt keine bücher mehr habe ich ja nicht sammlung keine notizen wenn du dich ist denn du dir lesen ganz kommt zum geheimen wald brittlinger und sirup zwischen dem rufen der dass ist der evangelist der die 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 ist da den Ah, da haben wir noch ein Foto von ihr. Hm. Ah, da haben wir noch ein Foto von ihr. Hm. Ja, ne? Okay, da hinten haben wir etwas noch nicht. Okay. Ich weiß ja nicht, welche Notiz wir schon gemacht haben und welche nicht. Eigentlich wollte ich in die Sammlung gucken. Das Fakt ist immer auch noch. Kochen. Generale. Folge lol. Ah, der Seemann fangen 24 verschiedene Fische. Ah, die haben wir auch noch von vielen nicht. So, komm mal. Da Fische. Uns fehlen auch noch enorm viele Fische. Ich weiß gar nicht warum. So, vielleicht weiß der Seemann irgendwas über den Zwerg in der Höhle. Ne, der Seemann sag ich schon. Der Zauberer. Hi. Es ranken sich viele Mysterien um uns. Du musst katholisch sein, denn du wünschst sie alle zu entdecken. Toll. Was für eine große Hilfe. Kann man sich da irgendwas angucken? Okay, ne. Kann da vielleicht was drauflegen? Ne. Ich irritieren so Hände immer. Oh, was ist das? Was ist das? Was machst du da? Da dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Aha. Aber es ist doch ein Turm. Warum führt eine Luke in den Keller? Gibt nicht so viel Sinn. Okay. Wir wollten eigentlich zum Strand runter. Hoppala. Und... Angeln. Diese Sammeln Winter habe ich schon längst abgeschlossen, ne? Wir brauchen noch unbedingt die Sitzlinge. Noch. Hot Coal. Ist du eigentlich A und Sirup? Strauß fahren. Oh je. Also ich habe mir vorgenommen, das Display ist beendet, wenn wir das Gemeinschaftszentrum vervollständigt haben. Äh, das kann auch ein paar Völkchen dauern. Die hat immer noch nicht offen, ne? Was ist denn alles hier? Wir werden nächstes Jahr sowas von nicht an die Semilion-V-Show denken. Oh nein, seine Kacke. Warum habe ich die Notizen nicht früher wieder durchgelesen? Ich wusste doch, dass ich welche habe. Alles Kacke. Wollt bin ich oft passiert. Also die Läu-Wöhnchen. Wie sind meine Rösen auch wieder da? Das ist ja. Okay. So. Ich geh mal hier hin und angle. vielleicht fangen wir mal aus und weiss irgendwas praktisches nicht praktisch ist irgendwas dass wir das gemeinschaftszentrum vielleicht steigen wir auch endlich mal eine angefähigkeit auf dass wir auch ganz toll rote barbe sei jetzt auch nichts zu holen unbedingt danach aus als hätte ich das würde ich den brauchen keine blut was da hin und wieder kommt der fisch hat irgendwie nicht so bock ein hering ich weiß ehrlich gesagt was ich mit den angelhaken machen soll die ich zu hause habe als wichtig an der angel unterbringen soll das kann man nachher noch probieren aber ich scheine es momentan noch nicht zu verstehen bleibt auch eine bessere angel dafür hoch sie gucke die neue rekord ok es wird hier alles ein bisschen mein augen durch den schnee damit zumindest nicht zu lange drauf gucken der rot war mit einem rekord auch keine rot war auch fische die ich noch nicht hatte scheiße dann hatte ich bestimmt noch nicht andere ist ungefähr das langweiligste hobby überhaupt empfinde ich so ich hoffe ich träge jetzt keine andere draußen jetzt sind hinten für seine weiße tun fisch wir brauchen hat nichts davon ehring was soll man denn da mitkommen wenn sie schon zu beginn so durch die gegend fetzen ja nein scheiße leck mich Okay. Ah, Würmchen. Warum finde ich denn jetzt so nur Scheißwürmchen? Meine Tasche ist voll. Da. Das sind auch nochmal zwei Würmchen. LOL. Okay, was kann ich denn wegschmeißen? Was seid ihr denn? What the fuck? Da hat er gemisch gesagt, was du denn? Dekorativer Fächer. Okay. Ich habe wieder ein Artefakt gefunden, das Gunther noch nicht hat. Yay. Okay, wir gehen hoch. Ich scheiß doch mal. Ähm. Was mit der Angel ist. Also ob die... Warum wir da den Haak nicht dranhängen können. Vielleicht finde ich das jetzt noch heraus, aber ich glaube es eher nicht. Erstmal verkaufe ich wieder ein bisschen was, und zwar dich. Dich und dich. Und auch dich. Auch wenn du eine Süßkartoffel bist du nicht süßkartoffeln. Liebe. Ich, ich, ich. Ich, ich. Okay. Artefakte kommen hier rein. Lehm auch. Das Ding muss noch anders behandelt. Ah, wobei, nee. Okay. So, habe ich hier nicht irgendwo meine Angelsachen? Ja. Ja. Der Methan der Anhänger und die farbenfrohe Luftschlangen und ein verlockendes Spektakel für Fische erhöht den Beißrat von Fische. Erhöht die Chance, beim Fischen Schätze zu finden. Nee, das will ich ja nicht. Wiederhaken. Mach deinen Fang sicherer und bring die Fischleiste dazu, sich an den Fisch zu helfen. Funktioniert beim besten bei langsamen, schwachen Fischen. Ja, und wieso kann ich das da nicht? Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Okay. Was haben wir noch? Das haben wir noch. Was bist du? Bei historischer Handachst. Okay. Geht nicht. Nicht. Wann geht das nicht? Das geht. Okay. Vielleicht brauchen wir dafür ein höheres, äh, Angel-Level. Wie weit sind wir eigentlich? Wirklichkeiten. Hofarbeit sind wir fast. Fischen. Wissen des Beeres. Lupe und Schädelschlüssel. Was ist denn das Wissen des Beeres nochmal? Gut. Ich bin so schlecht. Um sowas zu merken. Aber okay. Ähm. Wir gehen jetzt für heute erstmal schlafen. Und ich beende auch erstmal die Aufnahme, weil mir tut langsam wirklich die Stimme weh. Ich muss die ein bisschen auskommen, bis wir die Klappe halten. Auf jeden Fall. Es geht bald weiter. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen, äh, Tag noch. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Yeah, ja. Fischstufe 6 plus 1, Angel-Effektiv. Neues Hersteller-Zept-Dreher. Neues Hersteller-Zept-Vollen-Fisch-Köder. Fallen-Fisch-Köder? Okay. Ah, warte, wir haben noch Geld gekriegt. Stimmt. So. Jetzt aber. Einen wunderschönen guten Tag noch. Einen schönen Tag noch. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Auf Wiedersehen.